und damit herzlich willkommen hier zu mario party ds hallo und herzlich willkommen das ist mario party ds für den nintendo ds ich möchte gerne um zwei sterne spielen was bin ich denn für ein locker ich verliere ich verliere ich habe verloren nein ich habe das spiel nicht verstanden knochentrocken hat den blick der medusa schöne grüße motors so und ja wir müssen natürlich ich kann doch knochentrocken wir können auch über alles reden wir sind doch best buddies for life ihr müsst wissen knochentrocken und ich wir wir haben zusammen es wäre ist quasi so als hätten wir zusammen kinder wir sind mama und papa wir sind geliebt und geliebter also knochentrocken ist die geliebte und ich kann ihm noch nicht wehtun klar tot kann noch verkacken ja aber für mich wird sehr schwierig ich hoffe dass ich vor der abzweigung stehen bleibe ich hoffe dass ich auf dem feld nach dem shop stehen bleibe das wäre am besten da habe ich dann nämlich für die nächste runde alle möglichkeiten falls die beiden einer von den alten stern kriegt schauen wir mal es funktioniert sogar was habe ich denn für ein glück was hat sie da jetzt für ein stern fällt vor sich natürlich kriegt einfach so drei sterne was ist denn los mit dem hier mit diesem spiel was ist denn das die haben sie doch alle nicht mehr am lattenzaun ja ja ich mach doch ich komme da nicht durch nur bin ich schlecht er das war voll schwierig wobei ich habe mega gedisst da da ist ein touch pen ich brauche ein touch pen ich habe mega geduldet ich werde mega geduldet ich habe mega geduldet nein da ist ist eigentlich voll einfach das gibt es nicht ich habe mein touchpad nicht rechtzeitig gefunden wir kennen denn alle die bilder die wir von todett gesehen haben in unserem leben diese ganzen süßen gar nicht sexuell sexuelle bilder ok reden wir da nicht weiter drüber oh kriegst jetzt vier münzen oder 12 12 40 die hat 125 münzen 30 was zum teufel nein was ist das denn was ist denn jetzt passiert wir sind dran leute wir sind dran und wie wir dran sind das ist der wahnsinn alter lass mich doch in ruhe tod oder zwar luigi destroyed er hat ihn richtig hat ja angetäuscht alle auf einmal platt was für opfer nein ich bin so dumm da würfel ich eine 1 es gibt es doch nicht so eine scheiße hier hallo und herzlich willkommen ich bin's wieder euer cornell wir sind zurück bei mario party ds und wir gehen in die letzten vier runden meine nase und das ist gerade gar kein guter start es tut mir leid und das problem ist das tut mir leid aber das problem ist ich kann jetzt nicht mehr neu starten weil die runde hat angefangen scheiße es tut mir leid vielleicht schneide ich das raus aber ich glaube ich denke nicht dran ganz im ernst sollte ausweichen rasch drücken okay wie soll ich das verlieren wie soll ich das verlieren wie soll ich das verlieren nein okay das ist jetzt ein bisschen peinlich ach zack das gibt es doch nicht natürlich er übertreibt komplett was ist denn los mit dir wario guck mal tod bleibt einfach hier stehen und chillt sein leben alter natürlich ich bin so dumm auch nein ich hätte gewonnen wenn ich rechts geblieben wäre okay so eine so eine richtige scheiße die